Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video, wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid. Ja, ich bin Sebastian, da hinten liegt der Ben irgendwo und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier geht alles rund um das Thema VR, egal ob PC, VR-Quest-Gameplay, Quest-News, wie ihr jetzt sehen. Ich möchte auf meinem Kanal eventuell in nächster Zeit öfters mal Quest-Gameplays auch zeigen und natürlich gehört so eine News natürlich dazu, weil VR ist das Hauptthema hier auf meinem Kanal, von daher gehört die Quest natürlich dazu. Ja, das Update 25 wird jetzt ausgerollt diese Woche. Ich konnte es leider noch nicht laden, denn es wird ja immer in Wellen ausgeschmissen, sage ich mal, und da muss man Glück haben, wenn man dann unter den ersten Leuten dabei ist. Meine Quest 2 und meine Quest 1 ist leider nicht dabei und ich muss noch warten, bis ich das 25er Update erhalte und ja, ihr könnt es natürlich prüfen. Geht auf das Zahnrad Einstellungen, dann scrollt ganz nach unten zur Info und dann kommt ein Menü oder ploppt ein Menü auf, wo dann quasi die Versionsnummer steht und wenn bei euch das mit 23 anfängt und da jetzt nicht steht, bitte jetzt neu starten für Update oder sonst was oder updaten. Ich weiß nicht nicht mehr ganz genau, wie der Button heißt. Dann seid ihr auch noch nicht dabei und müsst noch warten. Aber ich möchte trotzdem mit euch mal die Erneuerungen durchgehen, die jetzt da Einzug halten in das Update 25. Und die größte Erneuerung ist die Oculus App Lab und ja, hört sich nett an, ne? Ganz witzig, App Lab. Könnte man einen Song draus machen. App Lab, Ding Dong. Auf jeden Fall ist das die größte Erneuerung und ja, das hat auch einen Aufschrei gegeben in der Community und zwischen den YouTubern. Der eine sagt, das ist gut für Oculus oder für uns Quest-User. Der andere sagt, nein, das ist schlecht. Facebook tötet damit Sidequests und damit, äh, darauf möchte ich auch ein bisschen eingehen. Ich habe da auch eine Meinung zu und ich kann beide Seiten da verstehen. Ähm, zum einen mal ist es berechtigt, wenn man sagt, Facebook hat da nicht wirklich gute Absichten, äh, denn sie haben schon ziemlich viele Klagen am Hals, die von anderen Entwicklern stammen, die sagen, okay, äh, Facebook hat uns das Leben schwer gemacht, hat, äh, hat, äh, auch eventuell Know-How geklaut und hat uns, äh, den Weg, ja, auf die Quest erschwert und hat dann, äh, Apps in ihrem Sinne rausgebracht und, äh, die waren dann teilweise halt abgekupfert. Äh, das sind so Sachen, die momentan im Raum stehen und, äh, ja, wo es dann Klageschriften drüber gibt, äh, ja, ob jetzt Facebook da auch schuldig gesprochen wird, das weiß man natürlich nicht, von daher kann man noch nicht sagen, dass die da wirklich das im Sinn haben, aber es ist halt ein Big Player und, äh, da die eventuell immer größer werden wollen oder müssen, ähm, ist es berechtigt, wenn man sagt, okay, die haben eventuell nicht nur Gutes im Sinne. Ähm, muss man halt mit, alles mit Vorsicht genießen, äh, ich sehe das so, dass die Oculus Lab App, ja, da werden nur Apps, äh, rausgebracht, die wirklich von Oculus auch überprüft wurden und, äh, für gut empfunden wurden oder befunden wurden und, äh, ja, ich find's gut, dass die das jetzt reinbringen, denn, ähm, es gibt Leute, die können sich nicht SideQuest auf dem PC installieren oder auf dem Laptop oder sonst was, um über SideQuest, ähm, diese Spiele auf die Quest zu laden und zu installieren, ähm, ja, weil's halt auch nicht ganz unkompliziert ist, muss man einfach dazu sagen, es gibt da coole Tutorials, ich kann da immer nur den Patrick von die Zockstube, ähm, ja, nennen, der hat da richtig gute SideQuest-Videos gemacht und, ähm, ja, das ist halt ein, SideQuest ist halt ein, äh, ein Programm, wo man wirklich, ähm, ja, Drittanbieter-Software auf die Quest installieren kann, so. Ähm, Oculus hätte jetzt auch sagen können, oder Facebook, nein, das wollen wir nicht, das verbieten wir mit einem Update und das wäre überhaupt kein Problem gewesen, das für, äh, die so zu regeln, SideQuest zu verbieten, haben die natürlich in der Vergangenheit nicht gemacht und, äh, die sagen sich jetzt, okay, äh, wir wollen einen Oculus Store noch einbinden im Store und das ist die App Lab und, äh, da werden wir Software anbieten, die von uns geprüft ist und, äh, die könnt ihr einfach per Knopfdruck dann installieren und da gibt's jetzt eine kleine Auswahl an Spielen, die geh ich gleich mal kurz mit euch durch und, äh, da können auch automatische Updates geladen werden, das geht bei SideQuest nicht, da muss ich extra wieder die, äh, die Quest an den PC anschließen und dann das Update runterladen, installieren und so weiter und so fort, ist alles kompliziert und, äh, ja, für Software, die es wirklich verdient hat, in den, äh, App Lab Store zu kommen, sag ich mal, äh, ist es doch super, die, äh, Leute können diese Software genießen und, äh, Updates beziehen und so weiter und alle anderen, ähm, Entwickler, die da noch nicht so weit sind, das auf App Lab zu portieren, sag ich mal, oder, äh, da reinzukommen, ähm, die können es weiterhin auf SideQuest anbieten und ich finde, das ist eine gute, äh, Lösung und die beiden können wirklich, äh, nebeneinander, äh, existieren und, äh, müssen sich nicht gegenseitig, äh, umbringen oder Krieg führen, ist meine Meinung und ich denke auch nicht, dass das passieren wird, es wird weiterhin, ja, Indie-Entwickler geben, die auf SideQuest ihre Spiele erstmal, ja, rausbringen, dann groß machen natürlich dadurch und eventuell dann irgendwann den Weg in App Lab finden, so denke ich und das wird auch mit Sicherheit der Fall sein. Da bin ich auch auf eure Meinung gespannt, schreibt's gerne mal in die, äh, Kommentare, was ihr darüber denkt und, äh, ja, das war jetzt meine Meinung zu diesem App Lab-Thema und, äh, ich denke nicht, dass SideQuest, äh, gekillt wird. So, dann haben wir aber noch, äh, eine Neuerung und zwar ist das der Facebook Messenger. Jeder, der den Facebook Messenger hat, ähm, ja, und hat das Facebook-Konto auch jetzt mit der Quest schon eingebunden. Es gibt dann natürlich Leute, die haben gesagt, nein, mach ich auf keinen Fall. Wenn ihr das aber eingebunden habt, könnt ihr diese beiden Konten aber trotzdem teilen. Es gibt Privatsphäre, äh, Einstellungen, die könnt ihr so machen, dass, äh, Oculus-Konto und Facebook-Konto getrennt sind. Ihr habt, äh, ihr müsst nicht euren Klarnamen da irgendwie, äh, preisgeben an alle Oculus-Konten, sondern könnt weiterhin den Messenger auch in der VR-Brille dann nutzen, könnt mit euren Familienmitgliedern in der VR-Brille dann auch schreiben und so weiter und so fort. Das wird alles möglich sein. Finde ich eigentlich eine ganz gute Erneuerung, wenn man jetzt Facebook mag, ja. Es gibt Leute, die mögen Facebook nicht, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ähm, eigentlich ist es keine schlechte Erneuerung, wenn man mit Facebook jetzt leben kann. Dann haben die, äh, das Guardian-System verbessert dahingehend. Äh, man kann ja eine statistische, ähm, ja, ähm, einen statistischen Punkt setzen, wo man, sag ich mal, sitzt und, äh, sich dann quasi nicht bewegt. Das konnte man, äh, sonst auch immer einbinden. Aber, äh, man hat trotzdem immer das Gitter gesehen und das, äh, hat halt ziemlich gestört. Und, äh, ja, jetzt ist es möglich, das Gitter dann halt, ähm, in diesem Bereich dann halt auch auszublenden. Dann gibt's eine Erneuerung, dass man, äh, mit zweimal Klopfen gegen das, äh, VR-Headset, äh, die Pass-Through-Ansicht aktiviert. Und, äh, ja, das ist auch eine coole Erneuerung eigentlich, denn, äh, so kann man mal ganz kurz gucken, wo bin ich gerade im Raum, ohne das, äh, Guardian-System zu verlassen. Und, äh, dann soll noch das, ähm, ja, Menü verbessert worden sein, soll alles ein bisschen einfacher, äh, zu erreichen sein. Teilweise bin ich ein bisschen, äh, immer am Suchen, wenn man besonders unbekannte Quellen oder man hat jetzt, man hat jetzt Beta-Tests, äh, aktiviert. Ähm, die suche ich immer mal wieder und, äh, ja, ich hoffe, da wird auch ein bisschen, ein bisschen was verbessert. Dann, äh, hat, hat man ja die Möglichkeit, in der Quest sich Browser-Fenster anzeigen, anzeigen zu lassen. Und das gibt, glaub ich, bis zu drei Browser-Fenster, die man dann aktivieren kann. Und jetzt soll's möglich sein, auch eine Bluetooth-Maus mit der Quest zu koppeln, äh, so dass ich dann auch in dem Browser-Fenster meinen Maus-Zeiger benutzen kann. Ist auch eine coole Sache. Und, ähm, ja, wer's braucht, also ich brauch's jetzt nicht, ich hab's jetzt auch noch nie benutzt, dass ich in der Quest jetzt irgendwie ein Browser-Fenster geöffnet habe. und das dann auch benutzt habe. Aber gibt mit Sicherheit Leute, die das machen. So, ähm, dann gibt's noch eine Oculus-Link-Verbesserung. Und zwar ist es ja eigentlich immer nur möglich gewesen, mit einem USB-3-Kabel das Ganze zu benutzen. Und, äh, dahingehend haben die das jetzt verbessert, dass sogar USB-2-Kabel benutzt werden können. Und das sogar mit 80 Hertz oder mit 90 Hertz Unterstützung. Und, ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob das dann auch wirklich, ja, die Bandbreite wird wahrscheinlich ja auch, äh, erkannt, gescannt, sag ich mal. Und, ob das dann auch wirklich automatisch eingestellt wird. Wie hoch die Bitrate ist, die vom PC zur Brille geschickt wird. Und ich denke mal, das wird wirklich dann passieren, dass die Bitrate runtergeschraubt wird, wenn wir ein USB-2.0-Kabel haben. Und wenn wir ein USB-3.0-Kabel anschließen an die Quest, dass dann die Bitrate hochgeschraubt wird. Wäre auch auf jeden Fall sinnvoll, dass wir, sag ich mal, dann besser, ja, besseres Bild haben mit einem hoher, höherwertigen Kabel. Und mit einem, äh, ja, weniger, guten Kabel, sag ich mal, dass wir dann die Bitrate runterfahren und ein bisschen schlechteres Bild haben. Aber trotzdem noch die Quest am PC benutzen können. Fände ich cool. Werde ich auf jeden Fall testen, wenn ich das Update bekommen habe. Ja, Leute, das sollte auch nur ein ganz kurzes Video geben. Eben so ein kurzer Durchlauf und meine Meinung zu Oculus Lab App. Jetzt interessiert mich eure Meinung zu den ganzen Erneuerungen. Was haltet ihr davon? Und, äh, ja, würde mich natürlich freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback erhalte. Wenn euch das Video hier gefallen hat, wie immer, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Das würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ich sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.